Wir müssen jetzt mal über diese Ausländer reden. Was wollen die alle hier? Wieso sehen die so komisch aus? Wie werden wir die möglichst schnell wieder los? Das war eine detailgetreue Wiedergabe der aktuellen Migrationsdebatte im Bundestag. Aber ein Teil war nicht gelogen. Ich möchte gerne bei Bosetti Late Night am kommenden Sonntag über Migration reden. Und es ist noch schlimmer, ich möchte über die eine Sache reden, über die zwischen all den Abschiebungsrufen niemand mehr redet, Integration. Und ich frage euch jetzt nicht, was gelungene Integration ist. Ich will von euch wissen, Moment, ich sage euch noch nicht, was ich wissen will. Erstmal, ich brauche eure Antworten als Handy-Video, damit wir sie in der Sendung zeigen können. Also ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, so wie letztes Mal. Aber bitte nur, wenn es nichts Kluges und nichts Lustiges ist. Kluge und lustige Antworten als Video. Hier ist meine Frage. Wenn ihr aus Deutschland fliehen müsstet, in welches Land würdet ihr fliehen und warum? Die Antwort bitte als Video, habe ich das schon erwähnt, an diesen Link schicken. Gerne im Hochformat, gerne gut beleuchtet und wichtig, kurz und kompakt. Und vielleicht schafft es euer Video in die nächste Folge von Bosetti Late Night am Sonntag, 17.12., 21 Uhr in Dreisat.